Okay, also die Indie geht los, dann... Was war das? Ich sag nur, dass die Indie losgeht, alles gut. Ich hab's auch grad zufällig gesehen, ne, ich war ja selber nicht drin. Aber das ist ne neue, hier war ich noch nicht, ich kenn das Bild noch nicht. Ich hatte unten so, so'n Alert, so'n... Ja, so'n Blinken, ja, ja, das... Och du Scheiße. Und so, ich werd' jetzt erstmal was essen, die Zeit werd' ich mir nehmen. Der kloppt schon, so'n eigener Stuhl. Ich werd' ja was essen. Ach so, ja, ich kann ja nix machen, wenn ich hier noch die andere vergleichst. Das Auge Asshara, so, zack! Jetzt mach' ich auch mal was. So, komm, hallo. Ich versteh' immer dieses Nerven, weil sie nicht einfach warten können, ne. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die, das sind vielleicht... ...unter Umständen so Dauerzocker, die schon seit 6 Stunden hierbei sind, und eine Indie nach der anderen abklappern, ne. Mhm. Und die Scheiße einfach nicht mehr sehen können. Ja, jetzt... was macht der... Ja, irgendwie kommt hier immer mehr Zeug, also, der ist ja nicht gut. Das ist einfach da, du Typ. Slash. Der pultet die jetzt selber, oder ist das eher zufall? Der pultet die selber. Wieso? Ich hab' eben wieder drauf. Ups. Na ja. Ja. Oh, hoffentlich wird das nicht wieder so eine Milliarde, äh, Stunden in die Heel. Ja. Ja. Mein Lady. Mhm. 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 Okay. Da hat einer nicht gehütet. Schreib an. Die Wixas looten, so ein Spoiler. Oh, jetzt. Was ist das jetzt? Das ist aber viel. Ja. Das ist das Blöse. Ich glaub' ich kann die anderen nicht einkerkern, die alte da, weil die ja kein Dämon ist. Ich muss näher ran. Also, dann ist's mit dem... ...ist du die Dämon-Frau fähig. Ach so. Ich hab' gelootet. Na, weiß nicht. Das ist schön. Weiter. Looten. So, das gibt's gerne. Oh, das klingt noch boss. Oh, Minky. Du bist echt... ...zu blöder. Ich brauche ein Ziel. Da ist tatsächlich ein Boss. Aha. Ich muss näher ran. Aber siehst du, hier kommt der nämlich nicht, der Altruis, ne? Äh. Oh, oh, oh. Ich bin außer Reichweite. Wie zum Ende entfernt, echt denkst du? So. Ha. Aber ich kann verstehen, dass die es langweilig finden, weil... ...diese, äh, Innis... Mhm. Ich glaub' die ersten fünf, die sind ja bis Stufe 110. Normal. Mhm. Das heißt, so lange siehst du halt immer nur denselben Dreck. Äh, also nicht Dreck, äh. Also... Ja, aber gut, das ist ja... ...die übselte Innie, die wir machen. Die dritte oder vierte. Für uns, ja. Und für die anderen vielleicht schon die fünfzigste. Ja, aber in dem Bereich schon vier verschiedene. Oh, ja, ich weiß noch, zu Warlords, ne? Wie? Zu Warlords immer dieselben Innis hintereinander zehnmal, ey. Verstärkung rufen. Oder kommt tatsächlich einer zur Verstärkung? Ja, klar. Aber der zeigt doch mal an, wo er dann hin, Herr Mann, ne? Mhm. Das ist ja schon ziemlich vereinfacht einfach. Die machen so viel Schaden. Das ist natürlich für uns wieder gut, ne? Eigentlich. Mhm. Das ist ja auch gleich weg. Guck, bumm und... Bbiuuu. So... Nix drin DO! Und Sch tigers! Also jetzt reiten, okay. Kannst du dich das nicht mehr anschauen Kannst du dich das nicht mehr anschauen? Ja, die eh nicht Na ja, schon nach weniger als einer Woche ist der Alltag eingetreten Au Au Buuuu Ey, Lysa ist einfach der Knaller Boah, Alter, was ist der Pult? Jetzt seh ich erstmal was er alles gepult hat Ich will hier offensichtlich durchheizen, aber ich seh hier gibt's ja auch noch 4 Bosse Was ist der Pult? erst etwas anvisieren du hast ja ne Quest drin, Sturmschuppenfunke immer füllen die, da muss ja diese Törtels hier umballern ey mich hab ich auch gebraucht ach guck mal diese Dinger ich muss verfolgen von so einem Salzmeertropfen, yes ok ich steh nur nicht warum die dich angegriffen haben, denn ich bin nicht gelb ziemlich wahnsinn, auch gelb brauchen die mich angegriffen hast du ja nicht geduscht heute? Verwandlung, Fisch haha ich habe kein Ziel hm ich habe kein Ziel hm 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 ach den, die mir ja nachvoll hm 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 Die Alte da in der Mitte, ne? Ja, Lady Hasnata, was für ein Name? Wie was so billig in so Sat.1, äh, was ist das doch Pornung? Lady Hasnata. In ihren wilden Gespiele, ne? Na Na, Na Na! Buuuuu! Geht Donny... Lady, komm her... Boah, hat die Würmer zu dir gesagt? gehen zu den landen denn was für landen ach so hier ja diese kleinen minuten ok geht zu fließen geht zu fließendes was zu fließen ist in wasser oder mit möglichen wenn wir schon nur geht zu fließen dessen nicht auf dem er was zu fließen n n mit der exe wir zu den landen n wo sie wieder gegrillt kuschelt die lecker geht zu fließendes wenn es mit dem schon Oh, diese Hänger nerven. Die Effekte sehen geil aus, ne? Geht du in London? Finde ich. Finde ich. Finde ich. Okay. Geht du Fließendes? Ich bin im Fließendes. Ich bin im Fließendes. Ha, 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 ha. Das ist so. Zack und schnitt. Rumps die, bumms die, die alte. Zuck und zack. Äh, okay. Ich geh da auch in der Runde. Was ist das denn? Hä? Finde ich weg? Das finde ich. Oh shit. Ja, man wird hier so abgetrieben und so. Ja. Aber hey, nur noch drei Bosse. Ein Kinder-Klacks. Scheiße. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Beide. Sehr Pentrix? Das ist ja ein Boss hier. Ja? Diese Ranke da. Ja. Du sehst meine Christ. Das ist... ...klar schnell Slay the nethery Ist er wieder da fliegt Oh Na, sag doch mal einer was Oh oh WOOOOO Das ist... Ja, musst du dich plötzlich bewegen, ne? Ja, ne Aber die sehen gut aus Abgesehen davon, ne? Mhm Ich glaub, die will hier drum herum Erstmal als Freibachung Wahrscheinlich, weil das später wichtig ist Mhm Mhm Hmhm Bound to be alive Bound to be alive Bound to be alive Puh, scheiße, wieso habe ich das im Ohr Kennst du das Lied? Mhm Ja, Bound to be alive Bound to be alive Oh 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 Ja, ist ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit hier so bewegt wird Vor allem was man nicht, was noch kommt hier, ne? Wird scheiße hier gleich kühler aus oder irgendwie Puh Ich weiß es Ja, äh, ein bisschen Zeug macht die hier Untertauchen Ach, die taucht unter Ach so Ah ne, der ist da jetzt Ne, die sind jetzt überall hier Toxische Toxische Toxik Toxische Toxik Ich bin hier neben so einer riesigen Frischgeräte Oh, oh, oh Und ich habe irgendeinen Diebach oder was? Fuck you Ich glaube das fiel gegenüber, da muss man die weghauen, kann das sein? Ich weiß es nicht Tödliche Wunde lauf weg Wieso soll ich weglaufen, wenn ich eine tödliche Wunde habe? Oh, 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 mein Leben Mein Leben Äh, 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 äh Untertaufen So, tauchen wir viel mehr auf, da Ach, nach hinten Ah, Pisse Wieso werde ich nicht geheilt? Äh, verreckt gleich noch jemand Oh, ich bin auch gleich tot Oh, ich bin auch gleich tot Hello Kiechel Shit Ich bin die ganze Zeit kurz vor Feierabend hier, ne? Bzzzzzzz Mein letzter Akte, oh shit Verrecke einfach, man Oh, fuck auf Ja, Tag, jetzt mach das mal alleine klar hier Ja, schaffte Ja, was für ein Scheiß, alter Ey, was für ein Scheiß, alter Ey, gab's da für die EP? Oh, fuck So hat das wirklich geschafft? Die fahrt doch schon fast hinüber Was für ein Scheiß Was für ein Scheiß Was für ein Scheiß Oh, König Klaftabat hier Ich gebier nur Gold, äh Ich mach auch gleich mit dem Ruhigen Mhm Ich mach auch gleich mit dem Ruhigen Oh Ah, wir fertig Ah, haha, war klein, unser boser Maul hier Ich hol gleich mal den braun Rappen raus hier Der Leitkiss Was der denn kämpfte, oder was? Keine Ahnung, wo der ist Ne, sieh, ne, wo der ist Der Herr, ne Winde Der Herr, ne Winde Wie ist denn der Parler? Der ist da vorne Der ist da vorne Da vorne Zusehen ist, wenn man sich nicht an gepolt hier Irgendwie hat aber was gepolt Ich nicht Klaftabatsbruch Du siehst du, der muss auch noch Oh, ne Schnacke Das sah gerade aus, als wäre die gegen die Wand gehen Pfff Flitscht irgendwie so Wo? Vorher ist mich denn hingehauen hier Hallo, wartet Ich mach mit Ich bin aus der Reichweite Ich bin aus der Reichweite Schriftstück, ich hab mit dem Schriftstück Ich hab mit dem Schriftstück von... ok Das sah aus wie... dieser Stoff aus Pandaria wieder vergessen wir aus Windvollstoff oder so, ne? Oder Frosch... ne Froschstoff Wie Froschstoff sah das aus? Ne Oh, bloß nicht die Schnecke die ist ja... oder zwei Elite Was ist das denn? Oh, hier ist ja Clutterbred Ach, ne Wellenbrecher Ok Shit Ein Boot hoch, nö, nö, nö Oh Das sind einfach diese verkackten Wetterbedingungen hier, ne? Obwohl überhaupt nichts Mö, nö. Ich störe mich, störe mich Du kannst aber Lot furzen, ne? No, deinem Lut Ach, das ist nicht gut Sie hat sich richtige Lut, dass du auf dem Ort kust Okay, langweilig muss langweilig So fährt diese Schleimschnecke Ja Ich will langsam die Püte So Schleimschnecke Hehehe Hehehe Oh, riesen Wie das man sagen muss? Au, Herr Ah, deine scheiß Grillnerven Ja, ich glaube, Carlos hat den Fernseher bekommen heute Hast du auch deine Ausbildung? Ja, hab ich bekommen Gut Sind die, jo Dann soll mal hinder machen Ich will die dann durch Ist der das? Oh Ja, die Schnucke Alter, ist der los Alles klar Wegst du fragt, ob alle bereit sind Ja, alle bereit, jo Das soll natürlich Ich mache mal einen scheiß Strahlen, ne Ich bin mitten des Bodeneffektes Ich krieg natürlich voll auf die Zwiebel Das Erdbeben ausreichend Oh shit, nein Fuck you, was ist das auch richtig viel zu auf hier? Oh shit Oh fuck Was? Ne, man kriegt hier überall voll viel Schaden von den Dingen an, oder ne? Mhm Ja, da bleiben wir jetzt die ganze Zeit, oder was? Ja, das sieht so aus Kann das sein? Erdbeben kommt noch dazu Scheiße Boah Du behindert im Kopf Also das ist auf jeden Fall nix für movement-küppel hier Cool Gasige Blasen Das klingt ja ungewohnt Und wenn die Dinger immer Die sind in den Blasen drin, die Jungs und Mädels Echt? Wieso? Wissen nicht, wollen wir da rein gehen? Wollen wir da rein gehen? Fuck mich doch was leichteres Ich weiss es nicht Den fang wohl der hier gehört drin So verrückt schnell Das ist anstrengend, Digga Ich hab mir ja Gase geblasen Schon wieder kommt dieser blaue Scheiß hier Oh, endlich doch Pfff Guck mal Guck mal, der ist schon fast weg, aber das täuscht wahrscheinlich Oh, bin ich denn rein gefallen Ich glaub man muss die ganzen Weiber da wegballern, oder? Die Kanalisiererinnen Die Kanalisiererinnen Wurde irgendwie Sinn ergeben Guck mal Guck mal Guck mal Mh, höh Ähm 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 Slash you in the face so nach der geht es dann ab jetzt hätte ich natürlich schneller gekippen können oh 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 jetzt kann man Asshara's Zorn eine Welle kann man einfach ranbauen oder? also man kann die Welle schon raufbauen holy fuck oh, soll ich da rausgehen? ja, würde ich auch eigentlich kann man mal machen, oh shit zieht die die Pulte an, irgendwie? da kommen die Wellen, oh Gott die war im Wasser und, ist es kalt? blitzt, das blitzt so komisch ich glaube das ist ungesund da gehen wir nicht nochmal baden alle, guck doch mal in die richtige Richtung oh, bitte oh, stirbt doch man einfach, einfach kaputt gehen gut, sinnvoll Erbse Erbse wasaaa se magnetic aaêmes gut, wo geht? vielleicht sollte ich langsam mal wieder zum heiler zurück Super Żebräuva was ist der Heiler überhaupt irgendwo, wo wir nicht sind also, ich glaub jetzt, ich ich habe, danach verdammt ich glaub jetzt ich also inflict fighting ich bin oh scheiße ich bin sonst hier was wäre besser Der ist ja härter als angenommen. Also relativ. Und jetzt ist er gleich weg. Komm, geh weg. Du blöder Heiler. Echt, ey. Wieso heilt sie nicht? Stirb doch. Hu hu hu. Heim mich. Wir heilen, du bist ja tot. Ja. Wie der verliebt mich. Oh, ich hab was bekommen. Sturm geladener Reif. Ich hab wieder minus Tempo, damit gibt es ihr Schritt. Pff. Das war lindig. Oh. Oh. Oh, ich hab alles für. die hat diesmal nicht ganz so lange gedauert wie die, weißt du noch, die erste? Und war ja Albtraumhaft. So, kann ich jetzt mal eine Zigarette hauchen? So, Frau Drogensucht muss er rauchen. Bis gleich!